Ich bin demnächst auf einer Hochzeit und meine Begleitung trägt ein Kleid in der Farbe rosa. Welche Farbe an Anzug passt dazu? Anthrazit, Dunkelblau oder generell grau? Würde eine rosafarbene Fliege und Tuch tragen? Gute Frage. Das ist so ein gängiger Fehler, den Männer machen. Also ich würde darauf achten, dass du einen Anzug trägst, der dazu passt, irgendwo harmonisch ist. Es muss aber nicht die leichten Farben aufgreifen. Zum Beispiel würde ich sagen, Dunkelgrau sieht super aus. Du kannst dazu ein weißes Hemd tragen, braune Krawatte, was wirklich sehr dezentes. Mit dem Dunkelblau geht es genauso. Ich finde nur das Dunkelblau nicht ganz so harmoniert mit rosa. Du kannst ein kleines Detail einbauen, ein Einstecktuch, das einen Akzent der Farbe des Kleides aufnimmt, das einen rosa Akzent hat. Ich würde aber jetzt nicht eine Krawatte, also eine Fliege sowieso nicht, aber auch keine Krawatte in dem gleichen Farbton anziehen, weil das wirkt einfach amateurhaft. Es klingt schön von der Vorstellung her, romantisch, aber umgesetzt sieht es halt einfach nicht gut aus. Wenn ich jetzt den Anzug anziehen würde, wenn ich mit meiner Frau rausgehe und sie trägt was Orangenes, was sie gerne tut, dann würde ich hier so ein kleines Akzent eventuell setzen. Ansonsten würde ich aber auch einfach passen.